Hm? Na? Oh, lass mal aufstehen hin. Zeit fürs Training. Na, nee, nee. Na komm, steh mal auf. Ja. Oh, nein. Ah, vergessen zu bestellen. Na. Na, mal ein Citrullin. Oh, nein. Jetzt auch bloß die Winsch zu. Ja. Ja. Super. Oh, nein, ich hab sie. Oh, was ist das denn hier ein Turkleid? Und jetzt? Oh. Da hab ich ja gar noch was angedacht. Das geht ja auch los. Wie war das leider noch? Ah, genau. Plec 20. Gültig vom 28.11. Und des 30.11. 20% auf alle nicht reduzierten Artikel. Wow. Da können wir auf jeden Fall was zeigen. Jo, cool. Ich hab grad mit den Tassen und so. Ach, ja, stimmt. Boosterproben. Im 12er Pack mit nem Schräger. Was ist denn an? Bei 24,94. Das muss ich mir auf jeden Fall auch gleich wieder bestellen, dass ich gleich wieder ne Extreiche hab. Na gut. Alles rein in die Warenkurve. Zack, bestellen. Dann geht's los. Huch. Schön. Was? Ich hab sogar erst bestellt. Jetzt schon da. Jetzt schnell noch was zeigen. Wow. Bis zum nächsten Mal.